Okay, ein Thema für einen Twinner wird sein, wir freuen uns, dass es unmittelbar neben der Twinner-Halle eine riesengroße öffentliche Waschstraße ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unseren Kunden anbieten, die ihr Auto selber verkaufen wollen, dass wir es für sie twinnen und mit einem hochwertigen Bilderdatensatz vielleicht ein paar Euro mehr zu generieren sind in diversen Online-Börsen, als wenn man das Fahrzeug mit ein bisschen schmutzig und alten weggekratzten Kennzeichen in die Börse stellt. Ich glaube, das könnte noch ein Geschäftsbereich sein, der später ausgerollt wird.